Ich bin mit einer Art Heißluftballon zurück zur Erde geflogen. Dabei ein wenig vom Kurs abgekommen. Ein milder Südwestwind hat mich hierher geweht. Ich kann das nicht mehr hören. Und warum hatten Sie ein Messer dabei? Ich habe Rosen geschnitten. Im Palastgarten? Nein, auf der Rückseite des Mondes. Dr. Freud, Ihre Verhörmethoden sind ja schon recht absonderlich. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht mit einer Stoffpuppe sprechen. Versuchen Sie es. Nein, bitte schön, Herr Doktor, er will halt nicht. Der Sprichtler! Sehen Sie, Ihre depperten Patienten, Herr Doktor, haben mitunter sehr amüsante Ideen. Können Sie sich noch erinnern, als ich als nackte Kleopatra auf einem Schrank habe... Ich habe keine depperten Patienten. Das müssen Sie mir jetzt zeigen. Sprichtler! Sprichter! Aber der wird der Freude. Sie glauben mir doch. Sie, Sie haben doch gesagt, ich soll alles erzählen, nichts auslassen, nichts lügen. Dr. Freud, Sie lassen mich doch jetzt nicht im Stich. Sie stehen doch noch ganz am Anfang. Dr. Freud! Dr. Freud!